Musik Die SwissKills sind ja speziell, weil sie an verschiedenen Orten stattfinden. Aber trotzdem geben wir uns Mühe, dass die Kandidaten ein gutes Wettbewerbsgelände haben und gute Voraussetzungen. Dass sie mit voller Motivation an diesen Wettkampf gehen können. Mitgenommen von diesem Wettbewerb habe ich, dass ich mit dieser Situation umgehen muss, wenn wir sehr viele Leute zuschauen und unter Zeitdruck arbeiten. Musik Die meisten denken, dass ich einfach einen Knopf drücken muss und dann kommt es raus. Das ist eben nicht so. Ich habe an grossen Maschinen gearbeitet. Aber es ist immer gleich auf das kleine Verfassort. Es ist eben passend, dass die Farben übereinander sind. Musik 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 Musik